Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Uwe. Und auch eine interessante Frage, witzig, wir haben jetzt zwei Vitamin D Fragen in einer Blogrunde. Aber diesmal, wir hatten ja den Blog mit der Rachitis, mit der vergrümmten Wirbelsäule. Und heute geht es um die Farben. Hallo Blogteam, mal eine Frage, vielleicht auch eine Idee, die es bisher noch nicht gab. Angeregt durch Ihren Blog betrefft Beleuchtung der Innenhälterung und der Tatsache, dass in der Innenhälterung die Farben verblassen. Im Klammer Go Sanke hier die Frage, könnte Vitamin D3-Gaben dieses Verhältnis positiv beeinflussen? Hintergrund, eine Supplementierung von D3 ist bei einem dauerhaften Aufhalt in unseren Breitengraden zwingend für den Menschen. Es gibt sogar Berichte, dass die Gabe von D3 an Zimmerpflanzen immens positive Auswirkungen gezeigt hat. Lichtfaktor in unseren Räumen. Wäre eine positive Auswirkung bei unseren Koi im Bereich des Denkbaren? Danke und sehr tolle professionelle Arbeit, die in Ihren Blogs geleistet wird. Nickname Facebook, Uwe Sippo. Den kennt man. Hallo Uwe, hallo Sandra. Was hältst du von der Idee? Also D3 ist zweifellos ein wichtiges Vitamin für die Schönheit der Haut. Ob man damit tatsächlich... Das sieht man doch. Ob man tatsächlich... Mein Nickname auf Facebook, D3. Ob man tatsächlich das verblassene Rot damit unterstützen kann, wage ich zu bezweifeln. Und zwar aus einem Grund. In dem Konnischi-Futter ist das Maximum an D3 drin, was der Gesetzgeber zulässt. Bei Warmblütern... Ach, da gibt es eine obere Zulassung. Richtig. Vitamin D gehört zu den fettlöslichen, die auch nur auf eine gewisse Dauer als Zusatz gefüttert werden sollten dürfen. Ja, also im Standardfutter ist eben der Vitamin D3-Gehalt gedeckelt vom Gesetzgeber. Das liegt daran, dass bei Warmblütern Überdosierungen von D3 vorkommen und zu Gesundheitsschäden führen können. Das ist immer ganz blöd. Wenn es ein gesetzliches oberes Limit gibt, wenn wir an dem oberen Limit sind, was ja Sinn macht, und es geht jemand her und gibt zusätzlich D3, macht er sich dann strafbar? Nein. Er muss es natürlich mit einem guten Grund machen, wie jeder Vitaminsusatz. Wenn man in die Fläschle reinguckt, wo die Pillen drin sind für die Menschen, steht auch drin, dass der Tagesbedarf nicht über mehrere Monate deutlich überschritten werden darf, weil eben bei Warmblütern Gesundheitsschäden bekannt sind. Ist bei Fischen nicht der Fall. Wäre also jetzt von der gesundheitlichen Sache... Auch nicht, wenn sie im Warmwasser schwimmen. Nee, da gerade nicht, weil dann wird es schneller für den Stockwechsel. Ja, Spaß. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass auch die Fische in den kalten Teichen, die jetzt vielleicht mit einem Fischöl oder natürlich auch mit den Keimlingsölen im Frühjahr nochmal versorgt werden, die bekommen auch über diese Zusätze nochmal mehr Vitamin D3, als schon im Futter enthalten ist. Also mit anderen Worten, andersrum gesprochen, wenn du hier dein Konisch-Skifutter fütterst und das Rot verschwindet und du tust Keimlingsöle dazu und es kommt nicht wieder, dann haben Keimlingsöle und Vitamin D3 wahrscheinlich auf das Rot keinen Einfluss, aber vielleicht sehr wohl auf den Glanz von der Haut oder die Hautgesundheit, die Schleimhautdicke und sowas. Man weiß zum Beispiel, Vitamin E hat einen sehr starken Einfluss auf die Schleimhautdicke. Da gibt es auch Untersuchungen wissenschaftlicher Natur. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum in den japanischen Naturteichen, also ich kenne das in Japan nicht, dass es in den Glashäusern gemacht wird, aber in den Naturteichen, wo wenig Fisch, auch viel Wasser, da werden auch gerne mal Seitenraubenpumpen gefüttert, weil da einfach ein extrem hoher Vitamin E-Gehalt und der dann dafür verantwortlich ist, dass die Fische mit einem entsprechend schönen Glanz, mit einer weichen Haut, zurück aus dem Naturteich kommen. Übrigens witzig, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, im Oktober war das, glaube ich, letzten Jahres, wo die BASF in Ludwigshafen gebrannt hat und das ist ein Werk beschädigt worden, wo, was ich gehört habe von jenem Mann aus der Futtermittelindustrie, das ist dann auch nicht schwer, von wem ich es gehört habe, über 50 Prozent des weltweiten Bedarfs an Vitamin A und E produziert, hergestellt wurden und die mussten in Produktion stoppen, müssen die Anlage angeblich entweder reparieren oder neu aufbauen und die BASF, ich habe es gerade nachgeguckt, die hat ja sogar den Notstand ausgerufen und wenn man sich das mal überlegt, das ist dann auch eine negative Folge der Globalisierung, dass plötzlich gewisse für Mensch und Tier überlebensnotwendige Substanzen zentral an einer Stelle oder an zwei Stellen weltweit hergestellt werden und wenn eine abbrennt, das dann im Prinzip kaum mehr genug für alle da ist. Man weiß im Moment nicht, wie viel hat die BASF gelagen und man weiß vor allem nicht, wie viel die Futtermittelhersteller, die Futtermittelindustrie, wie viel dort bevorratet wird, aber sowas kann theoretisch wirklich zur Katastrophe führen, was die Tierernährung angeht. Nicht nur die Tierernährung, kennen wir ja auch Antibiotika, Narkosemittel, die knapp werden durch eben zentrale Anlagen, die für so viele Menschen ein und dasselbe Produkt liefern. Also ist schon erschreckend, aber du würdest jetzt nicht Vitamin D oder E oder A, also die ganzen Fettlösen, würdest du nicht als Futterzusatzstoff beimischen. Nicht dauerhaft. Nicht dauerhaft. Vielleicht mal schubweise, in der Woche einen Tag oder eine Woche als Kur. Genau wie bei uns Menschen auch. Alles, was man die ganze Zeit im Überschuss gibt, wird nicht genutzt und ist rausgeschmissenes Geld. So, dann wissen Sie das jetzt auch. Halten Sie das Geld bei sich, kaufen Sie einen schönen Koi oder ein tolles Konnisch-Futter dafür. Gesundes Futter ist alles. So, in diesem Sinne machen Sie es gut und Uwe, danke für deine Frage. Ciao. Vielen Dank.